Wir gehen mit singen. Manuela, du hast das Wort. Tarifbindung! Ja, Tarifbindung! Tarifbindung! Einmal für alle. Komm, das können wir. Tarifbindung! 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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind von der Furnal Sauter Fallmechanik GmbH in Metzingen. Wir sind ein Betrieb der Werkzeugmaschinenbaubranche mit ungefähr 350 Beschäftigten und im Ermstal auch als sehr guter Ausbildungsbetrieb bekannt. Unser 70-jähriges Familienunternehmen war bis zu diesem Jahr ausschließlich und immer familiengeführt. Seit April diesen Jahres haben wir erstmaligen externen Geschäftsführer, der das Unternehmen ab Januar dann ganz alleine leiten wird. Bislang waren wir familiengeführt und auch familiengefühlt. Das heißt, die Belegschaft war schon immer bereit, über das normale Maß hinaus Einsatz für den Betrieb zu bringen. Nachdem nun aber unser Arbeitgeber zum Jahresende aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist und Betriebsvereinbarungen gekündigt wurden, wandelt sich nicht nur das Unternehmen, es wandelt sich auch das Verständnis und die Erkenntnis der Beschäftigten im Betrieb. Die erste Folge war natürlich ein enormer Mitgliederzuwachs bei der IG Metall. Die Tarifverträge waren bisher für viele Kolleginnen und Kollegen eine selbstverständliche Basis und Sicherheit, auf die sie vertraut haben und mit der sie in der Vergangenheit nur gute Erfahrungen gemacht hatten. Mit wir meine ich die ganze Familie. Nicht nur die Beschäftigten, sondern auch unser Arbeitgeber. Auch in schwierigen Zeiten haben wir gemeinsam mit den Tarifvertragsparteien eine gute Lösung gefunden, zum Beispiel in der Krise 2009. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben nach der Kündigung eine Tarifkommission gewählt und unseren Arbeitgeber zu Verhandlungen aufgefordert. Leider hat die IG Metall und die Tarifkommission bis heute nicht meine Antwort bekommen. Was soll wir da davon halten? Unserer Meinung nach geht gar nicht. Selbst die letzte Betriebsversammlung, auf der die Belegschaft eindeutig Verhandlungen mit der IG Metall forderte, konnte bislang keine Reaktion veranlassen. Wie ich erfahren habe, gibt es sogar benachbarte Unternehmer, die unseren Arbeitgeber für sein Verhalten kritisieren. Und an dieser Stelle auch ganz, ganz lieben Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen in unserer Region, die ihre Unterstützung schon zugesagt haben. Anders wird es nicht gehen. Lohnerhöhungen, abhängig von der Erreichung gesetzter Ziele, sollen für die nächsten Jahre mit dem Betriebsrat vereinbart werden. Davon abgesehen, dass das ja gar nicht geht und der Betriebsrat das auch gar nicht darf, bleiben auch unsere Kolleginnen und Kollegen einstimmig dabei. Wir wollen den Tarifvertrag. Vereinbarungen können gekündigt werden. Damit haben wir schon Erfahrung. Was passiert, wenn sich der Arbeitgeber an getroffene Vereinbarungen gar nicht hält? Nahezu, alle übertariflichen Leistungen sind inzwischen gestrichen. Nur der Tarifvertrag bietet uns Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ist umso wichtiger in Zeiten, in denen das unternehmerische Risiko zunehmend auf uns Beschäftigte abgewälzt wird, durch Leiharbeit, Werkverträge und befristete Arbeitsverhältnisse. Unternehmer haben eine soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft und ihr Erfolg ist letztendlich von unserem Konsum abhängig. Wir bekommen nichts geschenkt, aber wir haben auch nichts zu verschenken. Unser wertvollstes Gut ist unsere Zeit. Jede Minute, die wir hergeben, kommt nicht mehr zurück. Daran erkennt man, wie wertvoll tatsächlich unsere Zeit ist. Nun befinden wir uns ja in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Besinnt euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf, das Wertvollste, was ihr auch zu Weihnachten verschenken könnt, ist eure Zeit für eure Familie, Freunde, für euch selbst, für eure Gesundheit, aber nicht für euren Arbeitgeber. Deshalb ist unsere Tarifforderung wichtig und wichtig. Flexibilität, die von uns gefordert wird, die muss auch irgendwo zurückkommen. Wir appellieren hier und heute nochmal an unsere Geschäftsleitung und unsere Gesellschaft der Familien, das Gesprächsangebot der IG Metall endlich anzunehmen. Ansonsten kann ich euch nur alle einladen. Eine Reise in das wunderschöne Ermstal ist zu jeder Jahreszeit lohnenswert und wir freuen uns über alle Gäste aus nah und fern. Es wird uns freuen, wenn da auch so eine Stimmung ist. Danke. Danke. Danke.